Jetzt wollte ich mich ganz besonders, ich habe mal überlegt, wie so Witze bei Handgruppen, kennst du ja Witze bei Handgruppen, mit einem Polizisten, Lehrer oder wer auch immer, wie die so entkommen. Und ich wollte mal testen, wie so Witze in einem Fischlager entkommen. Und das ist dabei rausgekommen, in einem Fischlager. Heute testen wir Witze bei Handgruppen selber. Deswegen gehen wir jetzt mal hier rein. Schönen guten Tag! Hallo, wir sind in einem leckeren Fischladen hier. Wir erzählen, schönen guten Tag, immer Witze. Darf ich Ihnen einen Witz erzählen? Nee, leider nicht, junger Mann. Tut mir leid. Ey, der ist ganz kurz nur und der ist unwahrscheinlich lustig. Ist das okay? Also passen Sie auf, machen wir. Also, kommt ein Hai zum anderen und sagt, Hai! Sagt der andere, wo? Das ist doch super, oder? Ja, genau. Ist das nicht super? Ja! Haben Sie übrigens auch Hai hier? Nein, haben wir nicht. Super Gag. Ich bin leidig. Okay, dann alles Gute Ihnen, ne? Sehr gelangfalls. Tschüss! Sagen Sie mal lieben Gruß an die Late Night Show. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020